In diesem Video geht es um die besten Backofen mit Mikrowelle. Der Qualitätssieger in unserem Backofen mit Mikrowelle-Test geht an das Bauknecht Chef Plus MW 49. Genuss mit bis in Rekordzeit durch die Crisp-Funktion von Bauknecht. Durch den kombinierten Einsatz von Mikrowelle, Grill- und Crisp-Platte gelingen Gerichte besonders schnell. Dank der einzigartigen Crisp-Funktion, ganz ohne Zugabe von Fett werden auch Ihre Hähnchenschenkel, Pommes und sogar tiefgekühlte Pizzastücke in Minutenschnelle knusprig. Dank der Dual-Dampf-Funktion bleiben Vitamine und Mineralien Ihrer Lebensmittel optimal erhalten, ideal zum schonenden Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch oder Reis. Automatisch perfekte Ergebnisse. Der interaktive Kochassistent wählt automatisch optimale Zubereitungsart, Dauer- und Leistungsstufe. Dabei steht Ihnen der Kochassistent mit vielen gespeicherten Rezepten und durch eine einfache und übersichtliche Bedienung zur Verfügung. AutoClean automatischer Reinigungsvorgang, der Ihnen bei der Reinigung des Garraums der Mikrowelle behilflich ist und unangenehme Gerüche entfernt. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Severin MW 7759. Innovative Pizza-Express-Funktion. Perfekt gebackene Pizza in nur 10 Minuten ohne Vorheizen, ohne Auftauen. Mit der Pizza-Express-Funktion gelingen Pizzen bis zu 50% schneller als im herkömmlichen Backofen. Vielseitiges Backen und Zubereiten dank Ultra-Heißluft-Funktion bis zu 230 Grad für eine gleichmäßigere Hitzeverteilung, inklusive Vorheizfunktion. Perfekte Backergebnisse durch Doppelgrill und Ober- und Unterhitze. Durch den zweiten Grill unterhalb des Drehtellers gelingen knusprige Pizzaböden, Brötchen, Kuchen und vielem mehr. Easy-Select-Konzept ermöglicht eine einfache und intuitive Anwendung mit übersichtlicher Bediengestaltung. Favorite-Disch-Funktion Leistung und Garzeit können für drei Gerichte gespeichert und abgerufen werden. Be-Silent-Funktion Signaltöne können auf Wunsch deaktiviert und aktiviert werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Backofen mit Mikrowelle-Test ist der Freihafen-Backofen mit Mikrowelle. Freihafen-Mini-Backofen mit herausnehmbarer Krümelschale aus Edelstahl, die direkt unter dem Wasserhahn entfernt und gespült werden kann. Sicher in der Spülmaschine verwendet, die leicht zu reinigen ist und nicht leicht Schmutz ansammelt. Multifunktion Elektroofen mit 6 Kochmodi, Konvektion, konventionell, Drehheizung, Grill, kombiniertes Auf- und Abheizen, Gewäck, Auftaufunktion. Es kann ihren täglichen Bedarf decken. Mini-Backofen mit Umluft, mit hochfester Doppelglastür, die zur Aufrechterhaltung der Temperatur beiträgt. Hochtemperatur beständig sowie sicher zu bedienen. 51,8 x 35 x 33 cm. 1500 Watt Mini-Backofen mit 30 Litern Fassungsvermögen. Timer bis zu 120 Minuten. Einstellbare Temperatur bis 230 Grad. Mit Innenbeleuchtung zur Überprüfung des Gasdatus und rutschfester Boden. Der Zweck der Verwendung des Freihafen-Mini-Backofen besteht darin, das Leben zu verbessern, die Luft erwärmt und umhüllt das Essen und erzielt einen zarten und köstlichen Effekt. Kann ohne Öl mit weniger gesättigten Fettsäuren gekocht werden. Im Vergleich zum Frittieren können gesündere Mahlzeiten erhalten werden. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.